hi leute herzlich willkommen zu diesem kleinen info video und ja ich würde mal sagen frohes neues jahr 2020 und ich hoffe ihr seid alle gut rüber gerutscht denn es geht wieder um einen geänderten upload plan und zwar sieht der folgendermaßen aus dieses video wird relativ kurz werden also montag und donnerstag kommt das factory dann als neues spiel in anführungsstrichen würde ich mal sagen neu denn da wir schon vier folgen aufgenommen battlefield 4 am mittwoch und ja dann wie gewohnterweise extra bird die einstunden version am samstag und ja los geht's mit dem upload plan mit den aktuellen upload plan heißt der upload plan ab ersten ersten aber ich will dieses jahr mal ruhig und langsam angehen deswegen kommt am zweiten ersten erst das erste video erst das erste ja so kann man das sagen also am zweiten ersten kommt das erste video das erste let's play das erste video kam ja jetzt also mit diesem upload plan aber ja ich brauche ein bisschen zeit ich muss ein bisschen mich da rein arbeiten ein bisschen vor produzieren denn ja arbeit ist ja auch noch nebenbei und ja viel spaß würde mir sagen bei diesem upload plan vielleicht welche noch mal ändern aber ich denke vorerst mal nicht dann ja wie gesagt viel spaß im upload plan und ja und sie muss beim nächsten video beim nächsten let's play wieder also macht es gut bis dann ciao